So, willkommen zurück auf unserer Tour durch Europa. Wir sind, machen zur Zeit mit den Screens Halt in Kroatien. Und, ähm, ja. Wir bauen jetzt die letzten Gebäude und können dann gleich schon mal mit der Produktion unserer Einheiten anfangen. Ich muss mal eben gucken, wogegen die gut sind. Mittelschweres Fahrzeug, Stärken, Infanterie und Gebäude. Okay. Oh, da kommt schon, da kommt die Bruderschaft mal angerollt. Einheit wird angegriffen. Unser Stützbild wird angegriffen. So. Äh. Wollen wir mal schnell ein paar Panzer. Wo ist denn der? Da war er doch. Einheit wird angegriffen. Unser Stützbild wird angegriffen. Oh, da drüben. Ist es da? So, übernehmen wir ihn da mal. So, den Technologie-Assembler haben wir... Na! Passt er hier irgendwo hin? Nö. Passt er hier hin? Ja. Okay. Energie. Hier, der erweiterte... ...Tipp-Wann-der-Wass-Jogel-Planet-Abtrei-Geschiff mit Energiefeldern. Absorbiert einen Teil des Schadens und einen EMP-Eingriff. Das hört sich doch ganz praktisch an. Ich würde sagen, das erforschen wir auch direkt mal. Teleport rüstet Schock-Trupps mit Teleport-Sets aus. Er ermöglicht den Schock-Trupps, sich zu teleportieren. Das ist gut. Äh... Fangen wir mal mit den... ...Panzern schon mal an. Das Interessante bei den Panzern ist übrigens, die können sich am Tiberium aufladen. Dadurch sind die stärker. Deshalb werden wir auch dann vor einem Angriff die Panzer einmal alle im Tiberium aufladen lassen. Ich weiß aber nicht, ob der Kristall dadurch verschwindet. Ich glaube nicht. Oh. Uiuiuiui. Oh, ich will den... Ich will den da... Den da, den da... Äh... Ja. So. Alle Systeme bereit. Was kommt denn da jetzt? Äh... Dann bauen wir die Kraftwerke mal eben aus. Äh, warte mal, jetzt habe ich doch hier so ein Viech. ...wird ausgebildet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Da ist der Assimilator. Da ist der Assimilator. Den will ich nämlich holen. Den... Den Walker will ich nämlich haben. Den Avatar. Avatar heißt er. Entschuldigung, Avatar. So, das Kraftfeld haben wir, ne? Mhm. Dann können wir davon zwei bauen mal. Alter, da ist das viel langsam. Ja, wieso Einheit geborgen. Einheit wird angegriffen. Da drüben. Oh. Äh... Railgun-Upgrade ist schon da. Äh, okay. Äh, ein paar noch da... Ne, ne, so nicht. Um Gottes Willen, gleich in die Suche. Nein, jetzt ist das Ding im Arsch. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Volle Energie. Natürlich. Roger. Endlich. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Waffen initialisiert. So, das reparieren. Alle Systeme bereit. Äh, das dahin. Das bauen wir mal wieder hier auf. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. So, bis... Bau unterbrochen. Abgebrochen. Avatar. Betriebsbereit. Vorwärts. Bau abgeschlossen. So, warte mal. Da haben wir jetzt das Ding. Können wir da nicht mal so einfach mal so aus Spaß... Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, der dreht sich schon. So, dann machen wir noch einen Assimilator. Roger. Dann holen wir uns dann durch das nächste Wrack. Da sind sogar zwei. Shen sagt gerade, ich bin ja schon ein Wrack. Da hat sie eigentlich recht. Aber auch uneigentlich nicht. Merkst du was? Initialisieren. Angriff. Roger. Einheit wird angegriffen. Eliminieren. Vorwärts. Einheit geborgen. Betriebsbereit. Dachte ich mir. Avatar. Waffen initialisiert. So, reparieren erstmal alles wieder. Dann bauen wir davon wieder ein paar nach. Dann bauen wir auf jeden Fall Stasekammer. Ach, die muss ich auch noch bauen. Sehr schön, das Schild hat sich regeneriert. So. Waffen initialisiert. Betriebsbereit. Wir machen uns da einfach eine bunte Armee. So, Stasekammer. Okay, das blaue Feld ist abgebaut. Das ist sehr blöd. Wo fährt er denn jetzt? Fährt er da hin? Okay. Dann lasse ich ihn mal fahren. Auf jeden Fall brauchen wir davon ein paar und davon ein paar. Angriff. Pulverisiert. Einheit verloren. Einheit befördert. Initialisiert. Natürlich. Okay. Einheit wird angegriffen. Pulverisiert. Verstöpfen. Einheit wird angegriffen. Ähm, äh, Moment. Dann machen wir auf jeden Fall das Upgrade für die Viecher hier. So. Einheit geworden. Ich warte. Initialisiert. Upgrade abgeschlossen. Ich warte. Ziel bestimmt. Einheit geworden. Stunts Einheit geordnet. Sehr schön. Starte ich wieder. Waffen initialisiert. Ich warte. Hoppala. Beflügsbestand. Okay. Einheit wird angegriffen. Gut. Ich würde sagen, das läuft auch ganz gut gerade. Wir machen auf jeden Fall noch ein paar Mg-Soldaten dazu. Und hier bauen wir noch ein bisschen Abwehr auf. Einheit verloren. Wird gebaut. Avatar. Äh, den reparieren wir mal eben. Die Rator läuft. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wieso? Wieso ist mein Stützpunkt angegriffen? Ich warte. Räumen wir auf. Hm. Bau abgeschlossen. Okay. Oh, da muss ich unbedingt hin. Betriebsbereit. Ich warte. Einheit wird angegriffen. Einheit befordert. Reparatur läuft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Betriebsbereit. Erledigt. Räume wegfrei. So, jetzt muss ich mal eine kleine Abwehrtruppe aufbauen. Während ich mich nämlich gleich um die GDI kümmere, dass ich die Bruderschaft abwehre. Vorwärts. Vorwärts. Einheit verloren. Äh, wieso Einheit verloren? Wird ausgebildet. Wo bitte? Roger. Ja. Okay, dann lauf mal da rüber. Einheit wird angegriffen. Betriebsbereit. Waffen initialisieren. Initialisieren. Ziel erfasst. Waffen initialisiert. Natürlich. Endlich. So. Den Wachstumsbeschleuniger packen wir mal da drauf. Warte. Dachte ich mir. Ziel erfasst. Endlich. Rücke vor. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Da sind Sniper drin. Eliminieren. Äh. Wird ausgebildet. Hast ich den erreicht? Nö. Achso, der ist noch gar nicht losgelaufen. Einheit verloren. Avatar. Ach, hier oben die Sammler. Ich warte. Ziel bestimmt. Einheit wird angegriffen. Waffen initialisiert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird ausgebildet. Ich warte. Einheit geborgen. Vorwärts. Initialisiert. Avatar. So, dann nehme ich die jetzt noch einfach mit für den Angriff gegen die GDI. Und dann bauen wir jetzt noch ein bisschen Abwehr auf, dass wir die zumindest ein bisschen hinhalten können. Wird gebaut. Waffen initialisiert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Schon wieder. Wird ausgebildet. Bau abgeschlossen. Ich warte. Räume weg frei. Ziel erfasst. Okay. Dann machen wir es nochmal anders. Dann nehmen wir den dann noch mit. Einheit befördert. Wird ausgebildet. So. Betriebs bereit. Ja. Ne Brücke gehe ich ungern rüber. Wird angegriffen. Ich warte. Wo ist der Ingenieur? Da. Waffen initialisiert. Endlich. Sehr schön. Dann holen wir uns einfach noch einen. Je mehr, desto besser. Ich warte. Da ist noch einer. Den will ich mir auch holen. Äh. Einer darüber. Und der andere dahin. So. Die Jaggernaut nehme ich dann nämlich in Gruppe 2 rein. Wo ist der denn gerade? Hier da. Da krabbelt der rum. Wo liegt der Jaggernaut denn? Ist der schon kaputt? Hätte den ganz kaputt gemacht. Ja. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Rezog. Wow. Betriebs bereit. Natürlich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah. Reparatur läuft. Ich muss einen Wachstumsbeschleuniger hier wieder unbedingt nachbauen. Äh. Ah, hier. Da ist ein Jaggernaut. Da ist einer. Ja, ist ja gut. Bau abgeschlossen. Reparatur läuft. Näher uns Zielgebiet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gut, der hält. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Waffen initialisiert. So, der Beschleuniger ist wieder da. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Betriebsbereit. Juggernaut. Na, dann wollen wir mal. Ich warte. Jetzt sind sie dran. Einheit wird angegriffen. Äh, komm, die Juggernaut sind hier in Position, komm. Äh. Gut, hier ist jetzt Ruhe. Mobile Artillerie. Positiv. Machen wir sie fertig. Rücken vor. Na, dann wollen wir mal. Waffen initialisiert. Weißt du einfach die ganzen Häuser hier ab, äh? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was ist denn da jetzt wieder los? Äh, da. Ich warte. Weißt du mal, dass die Häuser hier schnell ab, dass wir ein bisschen Platz kriegen. Ich glaube, ich muss ja auch den Schnitt machen. So. Ein bisschen Platz gemacht. Da ist unser Ziel. Wir sehen uns. Ah, okay, jetzt sind es endlich in Reichweiter. Einheit geborgen. Einheit wird angegriffen. Im Leerlauf. Treffen Sie nieder. Willi Artillerie. Im Leerlauf. Einstützpunkt wird angegriffen. Kampf sequent aktiv. Ist der Sammler noch da? Ja, der Sammler ist noch da. Sehr gut. Okay, einmal darüber. Dann dich reparieren. Und dann mache ich... Jetzt den Schnitt. So, nächste Mission ist wir dann hoffentlich fertig mit Kroatien. Zumindest werden wir in der nächsten Runde die GDI-Plot machen. Auf Wiedersehen. Hier ist es der Sammler. Alright. I Am garansttlo.